Neustadt-Süd Neustadt-Viertel zum Schlendern und Ausgehen ein. Szenenlokale ziehen Kreative, Medienmacher und junge Menschen an. Die Gegend ist sehr beliebt, was sich allerdings durch recht hohe Mieten bemerkbar macht. Das Viertel um die Zülpicher Straße, auch als Quartier Lateng bekannt, ist geprägt von Studenten und Ausgehmöglichkeiten. Wer in der Neustadt-Süd wohnt, hat es nicht weit zu Fuß, mit Rad oder Bahn. Und auf Bahn wartet keiner lange. Noch nicht mal nachts. Für entferntere Ziele gibt es den Bahnhof Süd. Trotz Großstadt-Flair ist aber auch das Grüne nie weit. Aachener Weiher, Volksgarten oder Friedenspark locken zu ruhigen Stunden. In der östlichen Neustadt-Süd geht es generell etwas ruhiger zu. Familien wohnen deswegen gerne rund um den Volksgarten. Hier gibt es einige Kitas und der Park lädt zum Spielen ein. Die Gegend rund um den Klotwigplatz, auch als Südstadt bekannt, lockt mit besonderem Charme. Gleich nebenan, am Rheinufer, entstehen luxuriöse Wohn- und Bürokomplexe, die den Stadtteil noch vielseitiger machen. Die Neustadt-Süd. Wohnen mitten im Leben und Herzen von Köln. Die Neustadt-Süd. Die Neustadt-Süd.